Hallo und herzlich willkommen zur Happy Hour. Schön, dass ihr heute bei der 36. Folge unseres Cocktail-AWC dabei seid. Wir machen heute den alkoholfreien Cocktail mit dem Anfangsbuchstaben R. Wir machen heute einen Roxy. Dafür brauchen wir 5cl Sahne, 3cl Lime Juice, 2cl Grenadine und 15cl Ananassaft. Wir geben die Sahne, den Lime Juice, die Grenadine und den Ananassaft in das Mixclas des Shakers. Anschließend geben wir 3-4 Eissöffel in den Shaker, schließen ihn und shaken 10 Sekunden kräftig durch. Nun nehmen wir ein Cocktailglas, geben frisches Eis hinein und seien den Cocktail an. Strohhalm rein und fertig ist er, der Roxy. Der Cocktail schmeckt cremig und fruchtig. So, das waren die Cocktails mit R. Da es auf Weihnachten zugeht, mache ich nächste Woche einen Weihnachtscocktail. Was trinkt ihr gerne in der Vorweihnachtszeit? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr keins meiner Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.